26 für 10, notiert die Programm Nummer 4, Global Love, 31 für CT3, Bailey, 49 für 10, die Programm Nummer 5, Fampijoux, und 94 für 10, die neuen, She's a Rebel. Jetzt sind alle in Position und der Start ist Erfolg zum 5. Rennen, Tesma und Sohn Trophy an der 1600 Meter Marke, Bailey an der Innenseite mit Fampijoux an der Spitze, dahinter dann Akia in der 3. Position vor Kristall Brise außen, dahinter sieht man dann So Nice mit Lobel da vor Pissar und Unyxar, am Ende des Feldes Galopp hier, She's a Rebel, die Pferde unterhalb des Vize-Blinders, Vampijoux jetzt mit der alleinigen Führung, hat das Kommando mit etwa 2 Längen, dahinter Bailey in 2. Position, drittes Pferd ist dann Akia vor So Nice und Kristall Brise vor Global Love, Unyxar, dann Pissarro und Anschluss hat unverändert, She's a Rebel, es geht so in den Schlussbogen hinein. Dann Fampijoux mit einem deutlichen Vorteil von 2, 2,5, 3 Längen, dahinter dann Bailey in 2. Position, dahinter dann die Gruppe mit Akia vor So Nice, außen Kristall Brise, dahinter dann Unyxar und She's a Rebel und Pissarro am Ende des Feldes im Schlussbogen. Vampijoux zeigt weiter den Weg, noch sind es etwa 800 Meter bis zum Pfosten, Vampijoux vor Bailey, Akia kann folgen, die Dreiergruppe kann sich ein bisschen lösen, ein bisschen absetzen, dahinter dann So Nice mit Kristall Brise und Global Love, dann hinter dann She's a Rebel, Pissarro am Ende des Feldes, aber an der Spitze ist Vampijoux, Vampijoux an der Außenseite, Bailey löst aber sofort Vampijoux ab und auch Akia kann folgen, jetzt im Schlepptau von Bailey, Bailey an der Außenseite ist jetzt vorne vor Akia, Bailey vor Akia, an der Innenseite kommt Global Love, jetzt immer stärker in die Partie, aber Bailey ist vorne auf die letzten 100 Metern vor Akia, die kämpft, dahinter dann an der Innenseite Global Love, aber Bailey auf den letzten 100 Metern, Bailey mit 2 Längen an der Spitze, mit 3 Längen, Bailey und Bailey gewinnt vor Global Love, dahinter dann Akia auf dem dritten Platz vor, She's a Rebel und Onyxa, dahinter Vampijoux vor, So Nice mit Kristall Brise und Pissarro.